Können Valentin Lusin und Let's Dance-Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen trotz des holprigen Starts eine Beziehung aufbauen? Hiervor wurde er nun gewarnt. Eigentlich sind Affe auf Bike und Valentin Lusin ein cooles Duo. Doch irgendwie ist der Wurm drin. Anna Ermakowa, mit der Valentin im vergangene Jahr die Ehre hatte, brauchte ganz andere Hilfestellungen, denn die Tochter von Boris Becker tanzte von Anfang an auf einem enorm hohen Niveau, zählt zu den besten Kandidatinnen, die jemals bei Let's Dance antraten. Ann-Kathrin Bendixen hingegen mangelt es noch an Selbstvertrauen. Ihr Let's Dance-Auftakt in der Kennenlernshow am vergangenen Freitag verlief holprig. Prompt fließen seither bei jedem Training die Tränen. Affes Motto. Ich kann das nicht. Let's Dance 2024 Wird Valentin Lusin an Ann-Kathrin Bendixen verzweifeln? Doch Valentin Lusin bleibt geduldig, fragt jeden Morgen ab, wie viele Stunden Schlaf seine Tanzpaterin bekommen hat, achtet darauf, dass sie genügend Pausen, Essen, Trinken und Zuspruch bekommt. Zum Running gab wurde längst seine Sorge, einen ausgeliehenen Pullover nie wiederzusehen. Das war zuletzt einmal mehr Thema in der Insta-Story des werdenden Papas. Mit Ehefrau Renata Lusin erwartet er aktuell sein erstes Baby, das während der 17. Staffel der RTL-Show auf die Welt kommen wird. Als Scherz bot Valentin Ann-Kathrin in einem Clip auch den Pulli an, den er gerade am Leib hatte. Beide lachten, nach der Veröffentlichung des Insta-Beitrags erhielt Valentin Lusin, dann plötzlich eine private Nachricht auf der Social-Media-Plattform, in der er vor seiner Tanzpartnerin gewarnt wird. Du musst aufpassen, Affe klaut immer Kleidung, heißt es darin. Und weiter, frag sie mal, was sie mir schon alles klauen wollte. Die Nachricht stammt von keiner Geringeren als Ann-Kathrin Bendixen, 7 vs. Wild, Teampaterin Hannah Asil. Die beiden Frauen verbrachten für Staffel 3 des Survival-Formats im Sommer letzten Jahres gemeinsam zwei Wochen in der kanadischen Wildnis, gingen neben Knossi und Sascha sowie Papaplatte und Reetze als Gewinner aus der Show hervor. Sie dürften sich also gut kennen, haben sie nach den Dreharbeiten doch eine innige Freundschaft zueinander aufgebaut. Let's Dance 2024, erschwerte Trainingsbedingungen für Valentin Lusin und Affe auf Bike Valentin Lusin nimmt die Warnung mit Humor, versieht den Screenshot mit dem Kommentar. Bringt nix, ich bin schnell wie ein Affe. Damit spielt er auf den Teamnamen an, den sich Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin verpasst haben, Team Affentanz. Die Wahl fiel zum einen wegen des Spitznamens der Promi-Kandidatin, deren Künstername, Affe auf Bike, lautet, zum anderen wohl auf die holprigen ersten Trainingsstage. Wegen Unsicherheit und Tränen von Ann-Kathrin Bendixen wurden die ersten 72 Stunden als Tanzpartner zum Eiertanz oder eben zum Affentanz. Mittlerweile läuft es bei Team Affentanz aber schon besser. Die Laune ist stabil, Ann-Kathrin Bendixen trainiert, wie verrückt, und hat dem Let's Dance-Gewinner der letzten Staffel bislang keine weiteren Kleidungsstücke stiebitzt. Nur einen kleinen Bananenunfall, bei dem sie den liebsten Affensnack in die Kamera halten wollte, und Fallenvlies gab es am Mittwoch, 28. Februar. Valentin Lusin reagierte darauf zwar mit einem Verzweifelten, Warum lässt du alles fallen, dürfte sich insgeheim aber denken, wenn's weiter nichts ist.